Es gab halt Gage. Ja, war da natürlich erstmal wenig. Man musste sich auch da in Pore vögeln. Wie, da ist einer mit dabei. Ich dachte zu zweit, ich halte die Kamera. Gibt da nur eine Möglichkeit, du bist ein Killer und ziehst das durch oder du fährst nach Hause. Hallo und herzlich willkommen zu unserem Podcast, die zwei von der Fritten Rentsch. Ich bin Lu Nesbert und ich Egon Kowalski. Genau, und wir sind beide in der Erotikbranche aktiv und machen da gewisse versaute Sachen. Und davon wollten wir euch einfach mal berichten, stimmt's? Genau, wir wollen da mehr Teile davon machen. Das ist heute mal so ein Startding. Ihr könnt uns gerne über Insta oder alle möglichen sozialen Medien mal Fragen stellen. Das beantworten wir euch. Solange es ist, wird ein bisschen problematisch, jugendfrei zu reden. Das fällt uns schwer, aber wir wollen ja auch nicht, dass das alles so... Das muss schon authentisch sein. Ja, aber es darf auch nicht ein Gepiepse dann halt werden. Nee, das wollen wir auch nicht. Das ist auch so eine Arbeit. Wir wollen keine Arbeit, von daher, ne? Also, wir werden jetzt einfach drauf losquatschen. Genau, ne? Also, jetzt, ihr könnt zum Beispiel Fragen stellen, wie... Ja, wir haben ja unterschiedliche Werdegänge. Ich mach das ja schon, sieht man ja im Alter, ein bisschen länger. Ja, und die Lu halt nicht so lange, aber... Du fühlst schon ewig vom Gefühl her, mach ich das auch schon 20 Jahre, aber eigentlich sind es erst sieben. Und bei dir sind's... Ach, hör auf. Weißt du ja nicht. Jenseits der 20 und, äh, mal, ich will's gar nicht wissen. Kriegst du einen Schock, dein heimes Leben machst du den Schock. Ich hab ja noch so andere Zeiten mitgemacht, da war es Ende der VHS-Kassette, dann halt die DVD miterlebt. Jetzt gibt's die DVD eigentlich auch nicht, nee, gar nicht mehr. Und jetzt ist halt die Internet-Geschichte. Ja, und davon wollen wir euch berichten. Dann natürlich alles, was mit dem Business zu tun hat. Von, wir fangen gemütlich an, was gibt's denn? Geschlechtskrankheiten? Das beste Thema, woher fangen wir an? Mit den Geschlechtskrankheiten, das ist das beste Thema, mit dem man beginnt. Ja, wie gesagt, es gibt positive und negative Sachen da dran. Und wir kriegen das ja dann so mit, wenn jetzt zum Beispiel, so jetzt bei Instagram zum Beispiel, Leute schreiben, ich will auch in das Business. Da können wir ihnen... Gewisse Tipps geben. Genau, gewisse Tipps. Aber gerade als Mann ist es halt einfach schwierig so, ne? Genau. Und die denken halt, weil sie zu Hause wich... und weil sie dann irgendwie eine geile Olle sind, sag ich jetzt mal so blöd. Und dann spritzen sie und dann denken sie, sie könnten auch der nächste Pornostar werden. Aber zu Hause ist das natürlich was anderes, als wenn man das vor der Kamera macht und wenn dann andere Leute drumherum sind. Wir fangen mal ganz gemütlich an. In der heutigen Zeit sind ja mehr die Portale, wo die Frauen ihren eigenen Content hochladen gefragt. Oder ihr wisst ja selbst die Tube-Seiten, bla bla bla. Oder die Frauen haben eigene Homepages. So, und jetzt guckt ein potenzieller *** sitzt zu Hause und holt sich einen runter, ne? Und denkt sich dann, während ihr das Video von der Frau sieht, na was, so, ah, die Schlampe, der zeige ich es, wenn ich die unter den Finger kriege, hin und her, ne? So, und jetzt kommt das Faszinierende daran, dann meldet sich die Frau, äh, WhatsApp-Nummer bla 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 und sagt, ja, wir können ja gerne mal zusammen drehen. So, dann kommt, sag mal, 50% ist schon geschockt, huch, die meint das ernst. Ja, dann ist Panik, weil in der Fantasie ist das noch so toll, aber wenn das dann real wird, dann fing die Panik. So, und jetzt, jetzt kommt der Ausscheidungsprozess. 50%? Ach nee, ja, doch nicht. Ja, ja, naja, so, am Anfang, ja, huch, die meint das ja ernst. Die andere Hälfte schreibt dann tapfer weiter und machen dann Termin aus. So, der Termin ist, sagen wir mal, in 14 Tagen. Dann überlegt er sich, huch, meine Oma könnte das doch dann sehen, ne? Können wir nicht mit Maske drehen, äh, äh, dann sagt die Frau zum Beispiel, nehm, ich mach keine Maskenfilme, äh, Einbrecher-Content läuft nicht so auf Dauer, ne? Dann springen schon welche ab. Dann kommt das Nächste, dann sagt die Frau, ja, äh, in 14 Tagen, Donnerstag, bla bla bla, dann hat mein Kameramann auch Zeit. Dann kommt dieser Typ dann wieder an zu Hause. Wie, da ist einer mit dabei. Ich dachte zu zweit, ich halte die Kamera raus. Ja, oder, oder wir stellen das auf ein Stativ und treffen uns auf einen romantischen Abend im Hotelzimmer. Ja, aber wer, wer jetzt ehrlich gesagt von euch Leuten, guckt sich so Filme an, wo das so, äh, vom, vom, vom Stativ halt statisch. Ja, POV kann schon mal gut sein, aber da muss das halt können. Wenn der Mann nicht so einen Bauch hat wie ich. Ja, also zumindest müsste man dann auch den Schniedelwutz sehen. Ja, das wäre schon ein Vorteil. Und dann, äh, Leute, glaubt's mir, es gibt nichts Schwieriges wie, äh, sagen wir mal, ein POV-Blowjob und die Kamera beihalten. Man kann sich immer nur auf eins richtig konzentrieren, ne? Also dann gibt's wirklich, äh, Probleme mit Erektionen und, und, und so weiter, ne? Ja, ja, und vor allen Dingen, äh, wer will denn ewig so, äh, so Blotjob-Videos sehen, ne? Da muss ja auch mal was anderes zu sehen sein. Genau, ne? Ne, und dann waren wir dabei, wenn die dann, äh, wenn wir dann einen Termin haben und die eben hören, okay, da kommt ein Kameramann, dann sagen sie vielleicht erstmal noch so, hm, könnten wir machen und dann ist plötzlich die Oma gestorben. Ja, also. Oder das Tier gestorben. Also jetzt ohne Quatsch, äh, ich kenne viele Darstellerinnen, die führen so eine Hitparade der Ausreden, ne? Also so Platz 1 ist so Oma gestorben. Das ist so brutal eigentlich. Ja, weil, ja, also manche, manche Männer müssen ungefähr 40 Omas haben. Ja. Äh, Reifen platzen komischerweise auch immer ständig, immer dann, wenn der Dreh ist. Und Geburtstag vergessen. Ja, genau. Oh, ich hab den Geburtstag meines Sohnes vergessen, der ist heute. Ja, bei mir kommt jetzt öfters vor, so, wo ich mitdrehe, die, zum Beispiel, mein Arbeitskollege ist, ich muss denen seine Schicht übernehmen. Ich hab auch mal eine Ausrede gehabt. Und dann hab ich gesagt, mein Blinddarm musste enorm werden, der ist noch drin, ich hab meinen Blinddarm noch, und dann hab ich geschrieben, mein Blinddarm musste enorm werden. Und dann hab ich so ein Bild geschickt, wie ich im Krankenhaus liege, das war von meiner Nasen-Ophäre, aber es wurde mir abgekauft. Ich hab da noch ein Bild zugeschickt, also meine Ausrede war noch gut, ne? Und jetzt, äh, Prinzessin, ich will dir mal was ehrlich sagen, ich habe auch dieses Bild gekriegt. Nö. Ja, und da dachte ich auch, da stimmt was nicht, aber... Woran hast du so erkannt, dass es nicht stimmt, was hast du da dann... Ne, weil das sehr kurzfristig war und... Vielleicht, ja, Blinddarm ist kurz. Ja, 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 aber... Aber ich hab ihn noch erst noch. Du saßt aber nicht so gezeichnet vom Blinddarm auch. Ich hatte auch eine Nasen-Ophäre, aber nee, das war meine Team-Ophäre, ist ja egal. Aber ist egal, wir sitzen ja jetzt hier, wir haben zueinander gefundet, ne? Dann kristallisiert sich natürlich raus, wer kommt und wer nicht kommt. Wir sind dann nur noch von zwei Prozent. Und dann ist das Phänomen, die Typen kriegen eigentlich nur, die funktionieren eigentlich nur, wenn sie das Gefühl haben, sie könnten danach mit der Darstellerin noch ein Eis essen gehen oder da geht was liebestechnisch oder... Also komm doch noch mit mir mit. Ja, genau. Das hat es ja auch schon, die dann so gesagt haben, ach, willst du noch zu mir kommen? Und ich hab auch noch einen Platz frei bei mir in meinem Bett. Ja, ja, genau, ne? Oh, ja. Und so, und dann funktionieren die nurerweise dann, wie wir es Kasper machen und dies und jenes. Und das ist nicht der Fall, Leute. Gebt euch nicht der Illusion hin. Die Darstellerinnen, das sagt das Wort schon, die stellen irgendwas dar und die treffen sich mit euch, weil sie Content brauchen. Richtig. Und jetzt im Umkehrschluss, weil die mit diesem Content Geld verdienen wollen. Ihr seid sowas von belanglos. Ihr seid eigentlich nur das Ausführende, ihr seid der Schwanz an der ganzen Sache. Ja, so kann man es sagen. Jetzt kommt noch erschwerend hinzu, die Typen, die dann wirklich kommen und das dann gnadenlos durchziehen, das werden dann auch Darsteller. Ja. Na, weil es kommt ja noch erschwerend hinzu, die meisten von diesen Frauen sind ja nicht Single, die jetzt hier aus Jux und Dollerei sich mit euch treffen, sondern das sind Pärchen. Der ist der Mann auch mit dabei. Der Mann ist der Kameramann. Na, die Himmel den angibt, die inzwischen durch ein Küsschen. Genau. Und wenn er dann funktioniert und alles funktioniert, also dann seid ihr vorne. Ja, dann habt ihr es geschafft. Dann könnt ihr euch Darsteller nennen. Und jetzt kommt natürlich noch die Sache, wenn das funktioniert, weil ich ja auch sehr, sehr oft angeschrieben werde, wie ist der Einstieg. So ungefähr, das wäre jetzt der Einstieg. Und es gibt wirklich, sieht man ja, dass so alte Säcke wie ich sich noch in der Szene rumtreiben. Es gibt natürlich eine Nachfrage nach jungen Burschen oder Männern, die überhaupt was können, die pflegeleicht sind, zuverlässig, sauber. Na, bei Frauen gibt es halt, wie so blöd, wie in der Bombschule Sander mehr, da kommen halt jedes Jahr tausende neue nach, aber Männer gibt es halt wenige. Und wenn ihr als Mann, ich sage es jetzt mal so, funktioniert, es flutscht alles und ihr geht da sehr professionell vor, könnt ihr auch Karriere machen oder eben in das Business, weil jetzt kommt das, es gibt ja zum Beispiel vom Verkäufen Toplisten und so, weißt du, und dann steht Top Video des Monats, steht ganz oben und mit euch da drauf. Und dann sagt dann schon die Mitbewerberin oder die Konkurrentin oder die Freundin, sagt dann, oh, was ist denn das für ein Typ, den kenne ich noch gar nicht. Gib mir mal die Nummer, ich würde gerne auch mal mit denen drehen. Dann werdet ihr so durchgereicht. Genau, und dann ist, das ist euer Einstieg in das Business und dann könnt ihr euch etablieren und seid vorne. Genau, und schon seid. Ja, Pornostar. Genau, so, siehst du so, das ist jetzt der Anfang von unserem Podcast. Yay, haben wir nicht tolle Tipps gegeben. Nein, wenn ihr natürlich zu dieser ganzen Thematik Fragen habt. Stellt sie uns sehr gerne. Genau, ne. Ja, und es gibt natürlich jetzt, guck mal, jetzt altersbedingt, ich habe da, wo ich angefangen habe, hat man noch Bilder zu Hause vor der Schrankwand gemacht, in Tigerunterhose oder so. Das ist fest, ich sage auch. Ja, damals war ja auch noch Hammer, Hammer. Ja, trotzdem, egal wie Hammer gut aussehen. Du warst Tigerunterwäsche, das ist schon unsinnig. Da war ich noch eine durchtrainierte Kampfmaschine. Nein, aber da hat man sich noch so hingestellt, ein paar Polaroids gemacht und die hat man dann halt zu den Filmproduktionen geschickt, so richtig mit Bewerbungsschreiben. Genau, und wenn man Glück hatte, haben die sich halt gemeldet. Und es war ja auch damals eine Nachfrage nach Männern da, ne, Frauen hatten die auch, komischerweise genug, oder Darstellerinnen und dann wurde man halt da gedreht, hat entweder, man hat gesagt, komm mal zum Casting vorbei. So Tests erstmal gemacht haben. Oder eben, es gab halt Gage. Ja, war da natürlich erstmal wenig. Man musste sich auch da im Por vögeln. Was hat man da gekriegt am Anfang? Ah, warte, das war noch in 200 Mark ungefähr. Ich weiß nicht, wie es umgerechnet ist. Das sind 100 Euro. Okay. Ja, siehst du, mit sowas muss ich arbeiten, ne? Ja, man, ja, so wie man es unterlegt. Ja, dann hat man natürlich dann gesagt, so, jetzt buchen wir dich mal für eine ganze Woche, jeden Tag wechselnde Darstellerin, wenn es funktioniert hat. Ja, und dann konnte man natürlich die Gage selbst verhandeln. Und dann hat man gesagt, das und das Geld kriege ich. Ja, und dann haben die halt drauf abgenickt, oder nicht? Dann waren noch Zeiten, da gab es bestimmt noch viel mehr Geld, als es heute in der Regel so in Deutschland jetzt. Ja, die Sache war halt, dass in jeder Stadt eigentlich eine Filmproduktion war, aber man konnte sich die Sachen dann aussuchen. Ja, und es war ja damals noch nicht so dieses Verbreitete mit Internet und alles und da hast dann wahrscheinlich noch höhere Gagen gekriegt. Ja, ja, eben. Und wie gesagt, ihr kennt ja hier unter unseren Zuschauer, Zuhörern, sind ja auch viele Profi-Masturbatoren, ne? So klingt das sehr schön. Ja, genau. Die kennen sich ja auch mit den Filmen aus oder darstellertechnisch und so. Und die wissen ja, dass es vielleicht zehn in Deutschland gab, die was konnten oder die man blöderweise natürlich in jedem dritten Film sieht. Wenn es nicht mehr gibt, was willst du machen, musst du immer auf dieselben. Ja, genau. Und die Produktionsfirmen konnten halt nur diese Leute buchen. Und da hat sie natürlich dann auch so für Neulinge schnell die Spreu vom Weizen getrennt, weil das ja dann, es war ja auch so, selbst wenn man beim ersten Mal, jetzt finde ich dich toll und ich funktioniere mit dir gut und mache Hammer-Szenen und bla bla bla, aber am nächsten Tag kriegst du dann nicht so was Hübsches wie sie hingelegt, so drücke ich es aus, ne? Oder da kommt nicht jedes Mal Miss Penthouse vorbei zum Drehen. Dann musst du ja mit dieser Frau dann auch arbeiten. Und dann musst du auch das Männchen stehen. Genau. Wenn das nicht dein Typ ist, so. Gibt dann nur eine Möglichkeit, du bist ein Killer und ziehst das durch oder du fährst nach Hause. Das hast du ja gemacht. Ich kenne da ja einige Filme, du hast alles gnadenlos durchgezogen. Ja, ja. Das kann man jetzt so oder so sehen, aber das ist Respekt. Deswegen sitze ich noch hier. Genau, deswegen sitzt der Hirnloch und deswegen, ja, ist das auch noch ein Gesicht der Branche. Genau. So. Du hast ja gerade schon mal so ein bisschen erzählt, aber wie das bei dir so angefangen hat. Also du hast dir mit der Tigerunterwasche schon erzählt, dass du da so sexy deine Bilder eingeschickt hast und wie ging das da bei dir weiter? Es gab früher sehr viel so Abzocke in der Branche und ich bin da auf einen reingefallen, so in Anführungsstrichen. Ich war mit meinem Kumpel so, ich weiß nicht, wir haben im Keller hin und wieder ins Gesicht geschlagen, also Boxtraining und so gemacht und da lagen dann so Wochenblättchen rum so, weißt du, die man gratis im Briefkasten geworfen kriegt und da stand dann Werde Pornostar, 1000 Mark, bla bla bla. Ich weiß nicht, ich glaube, ich will hier ungern Namen nennen, aber die Firma gibt es bestimmt nicht mehr, die nannten sich Komet. Das war im Ruhrgebiet in Hagen. Das war allerdings im Nachhinein betrachtet eine übelste Abzockerfirma, die hat dann 400 Mark Castinggebühr genommen, also da musste jeder Mann... Du musst das Geld noch bezahlen. Genau, genau. Die haben dann Castinggebühr genommen und gibt es übrigens heutzutage noch diese Geschichten. Wer da drauf reinfällt, Jungs, ich bin drauf reingefallen, aber ich habe mich anders durchgesetzt. So und dann wurde es dann zum Casting vorgeladen, musstest einen Test machen. Also den Volltest, da unterhalten wir uns noch in einem anderen Podcast drüber. Ja, genau, das ist nochmal groß. Ja, Hepatitis, HIV, Chlamyien, Tripa, Syphilis und sowas halt getestet. Bin ich ins Labor gegangen, habe das gemacht, das war eigentlich auch recht kostspielig und die 400 Mark Castinggebühr. Ja, dann hast du eigentlich voll viel ausgegeben. Ja, ja. Dann war der Termin von dem Casting. Die haben auch sehr alles professionell aufgezogen, so mit Sekretärin und dann und so Honig und Bad geschmiert. Da dachtest du schon, oh. Ja, ja, nee, so, ja, du siehst doch gut aus, hier könnte was werden, Scheißentreck. Der Krieg auch schön. Nee, den habe ich noch nicht gemacht. Ach so, ach so. Ah. So. Die Primesse war jetzt eigentlich für mich zu vögeln und nicht Geld verdient. Aber war das so eine Schnappel, dass du einfach das gesehen hattest? Ja, ja. Das mache ich oder hast du noch länger überlegt? Ja, ich muss natürlich sagen, ich war verheiratet und da war das ein bisschen sexuell-technisch mager. So, und dann dachte ich, ja komm, hast du da ein bisschen mit? Aber hast du gefragt? Nee, habe ich auch nicht. Die hat das erst später nachgekriegt. Als ob das nicht rauskommt, ne? Ja, ja, war auch so ein Grund der Scheidung. Dann irgendwie ein bisschen. Ja, kam einfach. Und dann zu den Casting hingekommen, da waren dann, ich weiß nicht, so, ich glaube 20 Männer aus allen Herrenländern, so drücke ich es mal aus. Das sind auch mich voll dann so Gang-Ming-mäßig. Ja, ja. Ich sehe schon vor mir. So alle, die es da werden wollten und so. Und dann kannst du dir ja vorstellen, wenn da jeder 400 zahlt, dass das dann 20 da sind. Das waren dann also acht, genau, das haben die jeden zweiten Tag durchgezogen. Jetzt allen sagen, so werdet ihr Pornostar, wenn ihr mal nicht. Genau. Na, und, ja, dann saß man dann da, sagt sie, geht gleich los. Da kam dann, also das war richtig trashig, da kam dann eben von der Müllabfuhr der Kameramann, der hatte noch seine orangenen Klamotten an, der setzte sich an der Kamera und da hatten die ja noch so riesengeschossen, weißt du, hier mit so Schafstellen und alles. Mögliche. Ja, und dann kam dann die Darstellerin, das eine war eine Oma, die hatte eine Krücke, die erzählte irgendwas von, dass sie gestern noch einen Trödelmarkt 20 Mark verdient hat und alles gut. Oh nein. Ja, also was heißt Oma, die war, sagen wir mal so 60 oder so, mit einer Krücke, die kam da reingeumpelt und dann noch irgendwas so, äh, na sagen wir mal von der Optik nicht so schönes, noch zwei andere und dann alle da drauf, ne? Und ihr Aum, ich hoffe, die waren richtig geil, die Oma, die sind zu thrill-like. Nee, die hat dann ein ganz wichtiges Gesicht gemacht, ich kann mich da nicht mehr so ganz genau dran erinnern, also die haben dann, äh, wie soll man sagen, ich hab dann andere Sachen gedacht, jetzt mit meiner Erfahrung kann ich die Menschen beobachten, ob die Lust hatten oder nicht, aber da weiß ich's nicht mehr. Ja, es sah jedenfalls ganz wichtig aus, so eine Spielwiese, alle da trupp. Ja, und der Einzige, jetzt muss ich jetzt wirklich sagen, der Einzige, der da, äh, funktioniert hat, war ich, ne, von diesen ganzen 20, äh, Herren aus allen Ländern. Ja, dann haben die keinen Bock gekriegt, oder? Ja, ja, die konnten auch nicht drauf wechseln, das war dann halt, man muss... Okay, die haben sich da vorgestellt, da gibt's halt, weiß ich nicht. Ja, ja, man muss für sowas halt auch geboren sein und dann, äh, jedenfalls, äh, ich hab die drei Hühner da weggemacht, ne, weggearbeitet, so drück ich das jetzt mal aus, ähm, also mich konnte da nix bremsen, ja, und dann war natürlich der Kameramann, dann nannte der mich immer Keule, der meinte meinen, meinen Schniedelwutz, weißt du, dass ich auch nicht, äh, ich kenne den nur so, das passt zu mir und fertig. Na, und dann, äh, war dann die Sache gegessen, äh, Kammschott, also ich weiß nicht, wie lang das, das ging ziemlich schnell, weil die anderen ja nicht funktioniert haben. Okay. Ja, und dann, ähm, kam sie dann zur Sekretärin und dann haben sie gesagt, ja, wir haben das ja jetzt so mitgefilmt, ich, 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 ich weiß nicht, wahrscheinlich haben sie den Mist auch noch verkauft, irgendwo hin. Also die, 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 die Kaster haben, äh, das Material bezahlt, den Kameramann und die Frauen, weißt du, die Frauen haben ja auch nur kleingjährig bekommen, da jedenfalls so, wie die aussahen, ich sag's mal gehässig, ne, und, äh, jedenfalls, und dann musste ich dann halt zur Sekretärin und dann sagt sie, du bist der geborene, äh, hier, äh, Darsteller, blablabla, blablabla, du hörst von uns. Ja, ich hab natürlich nie was von denen gehört, ne? Das ist wirklich so ein scheiß Bewerbsbruch, man hört, das ist der klassische Spruch, wenn man nie wieder was von denen hört. Ja, und, äh, ich hab diese, ich hab diese Leute auch noch später wieder getroffen, das war dann nicht mehr so schön für die, ne, weil ich lass mich gern abzocken, aber da will ich mich jetzt nicht zu äußern. Ja, und, äh, von dieser Sekretärin, ihr Ehemann und jeden hab ich dann da wieder getroffen. Den, den Müllabfuhrkameramann, da, äh, ist ja auch egal. Dann kam die Abrechnung. Ja, ist es ja egal, äh, na jedenfalls hab ich von denen nie was gehört und da dachte ich so, ach, das war doch ganz, äh, äh, spaßig und, ja, und da hab ich dann diese Bewerbungsdinger losgeschickt, ne? Ja, und das endete dann, eine Firma in Hannover hat mich dann gebucht für Kleingeld, da hab ich dann überzeugt, da hab ich dann immer für gearbeitet. Äh, das Faszinierende ist, es gibt so einen, der ist leider verstorben, äh, der heißt Harry S. Morgen, äh, der hat immer Happy Weekend privat, die Eltern, ja, ja, hat der immer gedreht mit so einer Schiebermütze auch ruhrgebietmäßig und der arbeitete für eine große Firma, äh, ich will jetzt auch nicht immer so großen Namen nennen, äh, und ob ich nicht zu alt für diesen Job wäre, ne? War das nicht, warum jetzt das Teil nicht einzurden, das war ein 90er, oder? Das war 95. Ja, ja. Da hat er mir geschrieben, ob ich nicht zu alt für diesen Job wäre. Äh, das Faszinierende ist, zehn Jahre später hat er mich immer gebucht, ne? Jetzt bist du immer noch dabei, du sagst, 95, jetzt haben wir 2023. Ja, genau, also die haben mich zum Beispiel damals nicht genommen, weil ich zu alt war, zu dem Zeitpunkt, ne? Du warst da mit 30, ja. Ja, ja, aber, äh, der hat mir da auch seriös, äh, die Bewerbung beantwortet. Ja gut, aber es ist ja richtig, dass er dir das ehrlich dann gesagt hat. Genau, ne? Nur das Faszinierende ist eben, wie gesagt, äh, nachdem ich mich durchgesetzt hatte und alle Firmen einen da gebucht hatten, hat er dann halt, äh, mich selbst gebucht, ne? Also, als er noch viel älter war. Ja, 13 Jahre später. Das war das Faszinierende dran. Und mein absoluter Durchbruch war dann, äh, ich hab hier so eine Newcomer-Firma, äh, die hatten eigentlich gar keine Ahnung, wenn mich jetzt im Nachhinein das betrachtet, aber die wollten dann große Filme drehen, so Krimi-mäßig. Und, äh, da war ich dann da, ja, da wollte ich nur helfen, so, und, ähm, Licht halten und sowas halt, damit ich in den Business rein, rein schnuppern kann. Okay. Und, äh, dann ist natürlich dann ein, ein, ein wirklich sehr gut aussehender Mann und seine Frau, äh, Italiener waren das, und der Mann hat natürlich nichts auf die Kette gekriegt, ne? Und da haben die dann gesagt, kann der Mann vom Licht, einer muss das doch jetzt machen, der Film muss fertig werden. Ja, und dann hab ich gesagt, mach ich das. Das war auch eine gute Sache. Die Frau war Italienerin, bildhübsch, das war super. Das war so ein Mabas. Aber das passiert halt. Diesen Film hat dann auch irgendein Regisseur, der irgendwie einen Namen hatte, ich hab da keine Ahnung von gehabt, äh, der hat den dann halt gedreht, geschnitten und den wollten sie verkaufen. Das war so eine Produktionsfirma. Und den haben die dann, äh, überall angeboten. Keiner hat genommen und, äh, mit der Begründung, das war dann Firma Buaca, die es auch nicht mehr gibt. Das ist so eine Firma mit dem Wildschwein hinten auf dem, äh, auf dem Cover von den, äh, DVDs, äh, der eine oder andere Profi-Masturbator wird das kennen, da, oder die Produktion. Und denen wurde der Film angeboten, der Aufkäufer oder der Besitzer oder Teilhaber, äh, der hat dann gesagt, nee, können wir nicht nehmen, äh, Porno und Blut, weil das mit Schießerei war, war so mehr so ein Krimi. Ah, okay. Also klingt irgendwie cool. Ja, ja, aber, ja, ja. Aber, ja, sagt er, das ist nicht zeitgemäß, äh, die Leute wollen sich, äh, die Leute wollen sich halt, äh, einen drauf runterholen und nicht, äh, Schießereiden erleben. Dann machen wir einen Krimi. Ja, ja, für manche ist das auch geil, aber dann wird's schwierig. Ja, für, ja, für Leute, denen ging's ja nur, um viele Produktionen rauszuhauen und dann wollten die nicht so einen Hightech-Film haben, so. Und dann hat er eben gesagt, den Film nehm ich euch nicht ab, aber diesen Mann hätte ich gern. So, und das war ich. Uh! Und, äh, bei dieser Firma hab ich von Anfang bis Ende alles mitgemacht, ne? Ne, dieser Mann ist dann mein Mentor geworden, wir sind heute noch Freunde, der lebt in Amerika und, äh, ja, genau, und, äh, es war eine schöne Zeit, ne? So drück ich's mal aus, ne? Ja, so, das erste Podcast ist jetzt fertig, Leute. Genau. Und wir haben natürlich noch ganz, ganz viele andere spannende Themen und die gibt's dann in den nächsten Folgen. Und wie gesagt, wenn ihr Fragen habt, dann haut sie bitte raus. Genau, ne? Und, äh, nicht nur mich sammeln lassen, hier meine Partnerin gehört auch dazu, ne? Und wir freuen uns auf Fragen oder Anmerkungen, ja, oder würden uns freuen, wenn das überhaupt generell, äh, gut ankommt, weil wir halt das so ein bisschen anders halten wollen. Also ihr werdet hier nicht nur Heldentaten hören, wir werden auch vom Negativen berichten oder vom Menschlichen. Wir reden einfach so, wie wir denken, dass wir reden ohne großen Plan. Genau, ne? So ist es auch gut. Okay. Dann bis zum nächsten Mal. Jo, ciao. Jo, ciao.